Der Sepp kommt zu dir, der Sepp sauft's dir aus. Servus, mein Name ist Sepp Bumsinger, leitender Restalkoholentzerger bei Sepp's Haufdienst. So ein Restalkohol von Vortrag ist alles andere als harmlos. Ich zeige euch warum. Nach einer richtigen Party, bei dem oft etliche Heube üblich bleiben, weil man in seiner Rausch kaum mehr was runtergebracht hat. Wenn man dann wach wird, hat man einen Riesenturscht, aber Vorsicht. Es gelangt schon ein Bier und du hast den höchsten aufgewärmten Sau-Rausch beieinander. Off, hui, klar, sagt die Freund, komm, trinken wir noch mal einen. Aber bis du schaust, hast du wieder einen Drum-Rausch in der Fotzen. Wenn sie gleich bei uns anrufen, dann kommt man sofort vorbei und kann die übrig gebliebenen Rest-Täuben noch mal innerhalb kürzester Zeit zusammenzaufen. Mit meiner patentierten Auf-Ex-Technik greifen, ansetzen, zunge auf, zeiten und arbeiten damit. Schon nach 30 Minuten bin ich besuffer und nicht ihr. Und das Beste, für Arschlecken drei, fünf Sekunden ist das Ganze sogar kostenlos. Der Sepp kommt zu dir, der Sepp sauft's dir aus.